Hallo, servus, seid gegrüßt ihr in meinem Video von MaxGuide. Ich bin heute für euch im Erlebnispark Schloss Thun unterwegs. Wie es hier aussieht, das werde ich euch jetzt einmal zeigen. Ich bin heute für euch im Erlebnispark. Hänsel und Gretel hatten sich im Wald verlaufen. Nachdem sie schon lange herumgedrückt waren, fanden sie ein Haus ganz aus Brot und Kuchen. Musik Das Ding ist hier oben und an den Füßen wird es ekelhaft nass. Musik Ich bin jetzt immer auf einer Höhe von 15 Metern. Eigentlich mag ich die so ungekissen überhaupt nicht. Musik Hier gibt es auf jeden Fall genügend Wurzeln. Musik 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 Hier gibt es auf jeden Fall genügend Abwechslung für die ganze Familie. Denn hier gibt es einen kleinen Märchenpark. Es gibt Fahrattraktionen, Shows und auch ein paar Tiere. Ganz gut gelungene Mischung eigentlich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020